Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell-Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage. Überfordert fühlen. Boot.ai ist der Ansprechpartner rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistung, Prozessautomatisierung und vielem mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot.ai bietet nicht nur Beratung für Künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendungen anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wer kennt das nicht? Wir können nicht mit dem Rauchen aufhören, essen zu viel oder kompensieren auf irgendeine andere Weise. Wir behandeln unsere Mitarbeiter in stressigen Situationen nicht gut und hindern uns selbst an der Verwirklichung unserer Ziele. Warum halten wir so an alten, destruktiven Gewohnheiten fest? Ein anderes Beispiel. Eines der größten Hemmnisse bei der digitalen Transformation in Unternehmen ist laut Studie das Festhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte an alten Strukturen, obwohl die Bedeutung und die Dringlichkeit des Themas allen klar ist. Warum ist das so? Wie lassen sich die Barrieren im Kopf überwinden und das richtige Mindset herstellen? Wie können wir unerwünschte Verhaltensweisen und Programmierungen transformieren, um sowohl privat als auch beruflich unsere Ziele zu erreichen? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen. Er ist Hypnose-Coach, Motivationstrainer und Speaker. Seit einem schweren Autounfall sitzt er aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Seine Berufung ist es, Menschen Mut zu machen, bei Veränderungen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten. Er ist ein super spannender Typ und sein Motto ist, flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit meinem heutigen Gast, Sebastian Schild. Viel Spaß dabei. Sebastian, schön, dass du bei uns bist heute im Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, als du zugesagt hast. Wie geht es dir? Ja, hallo Normen. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr gut. Also wir machen im Podcast heute die Aufnahme 7.30 Uhr. Bitte mal auf die Zunge zergehen lassen. 7.30 Uhr. Und du bist echt fit. Wann bist du heute aufgestanden? Muss ich das jetzt echt sagen? Um sieben. Ehrlich? Eine halbe Stunde vorher? Das ist aber sehr cool. Aber so kommst du auch rüber, so ganz locker und entspannt. Ja, es ist auch, gebe ich dir offen und ehrlich zu, eine unübliche Zeit für mich. Also Seminare und Vorträge fangen ja meistens eher so um 10 an und auch private Termine habe ich mir jetzt so angewöhnt, so ab 10 zu legen. Daher ist das jetzt schon mal wieder was Besonderes für mich. Umso mehr freue ich mich, dass du zugesagt hast zu dieser dir ja unchristlichen Zeit. Aber wie sieht so dein Tagesablauf aus? Wann geht es so in der Regel aus dem Bett und wann geht es los? Ja, so üblich stehe ich so um halb acht auf, jetzt auch gerade, wo es so im Sommer ist und wo es hell morgens ist. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch hier zu sagen, aber ich habe es mir abgewöhnt, mir einen Wecker zu stellen. Ich glaube einfach für mich ist es ganz gut, den Schlaf zu kriegen, den ich halt brauche, den mein Körper braucht und den nehme ich mir dann meistens auch. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eben jetzt als Speaker oder als Trainer tätig bin, habe ich das Glück, dass die meisten Veranstaltungen erst ab 10 Uhr beginnen und da komme ich dann so mit zweieinhalb Stunden morgens super zurecht. Ja, super. Ja Sebastian, vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz vorstellen, wer ist Sebastian Schild privat und was machst du genau beruflich? Ja, Sebastian Schild, geboren und aufgewachsen in Wuppertal, ja mittlerweile 32 Jahre alt und seit zwölf Jahren nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzen aufgrund einer Querschnittlähmung. Ja, jetzt seit zwei Jahren bin ich aktiv dabei, als Speaker, sagt man so schön modern, also als Vortragsredner und als Hypnosecoach unterwegs zu sein. Ich bin dazu gekommen, nachdem ich eben den Unfall hatte und sieben Jahre jetzt im Jobcenter Wuppertal gearbeitet habe und da schon eben Menschen beraten habe, begleitet habe bei schwierigen Games-Situationen. Und es hat mir da schon so Freude gemacht, es war irgendwo dann auf die Dauer der Zeit sehr kräftezehrend. So gerade Jobcenter, Hartz-IV-Empfänger, Sozialhilfeempfänger sind jetzt nicht gerade die Menschen, die eine Veränderung wollen im Leben, auch wenn sie es vielleicht nötig hätten. Und so habe ich dann nebenbei angefangen, frisch verletzte Querschnittgelähmte zu begleiten nach ihrem Unfall und in den ersten Tagen nach so einer Krankenhausentlassung. Weil es ist ja dann doch oft so, dass, ja, es ist ja noch mehr als nur nicht laufen können, so eine Querschnittlähmung. Und dass sie dann eben so einen Ansprechpartner haben, um Fragen zu stellen, was kann ich noch alles im Leben machen und sowas. Ja, da fing ich damit an und habe mir dann irgendwann so gesucht, gibt es da nicht eine Kombinationsmöglichkeit. Also Menschen, die wirklich eine Veränderung im Leben wollen und ja, Menschen, denen ich auch wirklich was geben kann. Und ja, so habe ich dann angefangen eine Hypnoseausbildung zu machen, eine Coachingausbildung, habe mich mit dem Thema NLP beschäftigt und sowas und bin dann da so reingerutscht. Aber fühlst du dich wohl? Also reingerutscht nicht so, weil du musst, sondern einfach, weil es dich interessiert? Ja, weil es mich interessiert. Ja, reingerutscht hört sich vielleicht nicht so gut an. Also ich kann jetzt behaupten, dass ich nicht jeden Tag, aber fünf bis sechs Tage die Woche morgens aufwache und mir denke, wow, das ist absolut genau der Punkt in meinem Leben, wo ich sein wollte. Und ich würde mit niemand anderem auf der Welt tauschen, was manchmal vielleicht ein bisschen komisch aussieht, wenn ich das auf der Bühne sage, als Rollstuhlfahrer, der da vielleicht Hilfe braucht, auf die Bühne getragen zu werden und jetzt nicht jede Toilette nutzen kann und so. Aber ich fühle mich einfach mega wohl an dem Punkt, wo ich gerade bin. Und ich glaube, ja, mehr gibt es da auch nicht, sozusagen. Wir wollen ja einfach auch diese Podcast-Folge nutzen, um deine Geschichte so ein bisschen aufzuklappen und da einfach mal in die eine oder andere Situation reinzuschauen. Ich musste gerade daran denken, ich hatte gestern ein Meeting, da ging es tatsächlich um das Thema Change in einem Unternehmen. Ich habe eine Vorstandsrunde gecoacht, so einen Impulsvortrag gehalten. Und wenn ich mir so deine Geschichte, die ich ja nun kenne, anhöre, dann bist du eigentlich für mich Mr. Change. Weil für dich gab es ja nun diesen Unfall, diesen Moment in deinem Leben, der für dich eine ganz klare Wendung gezwungenermaßen bedeutet hat. Lass uns doch vielleicht mal in die Zeit vor deinem Unfall reinspringen. Wie hat sich dein Leben bis dahin gestaltet? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich beschreibe mal so die zwei, drei Wochen vor meinem Unfall. Ich war gerade 20 Jahre alt und mitten in meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Das heißt, wir haben so die Prüfungsphase gehabt. Es gab dann die verschiedenen Fächer, die abgefragt wurden. Und zusätzlich zu meiner Prüfungsphase war ich gerade im Umzug, beziehungsweise im Zusammenzug mit meiner damaligen Freundin. Und ja, ich war zusätzlich ein sehr chaotischer junger Mann, würde ich es heute mal bezeichnen. Also mit viel Party und viel Unfug im Kopf und so. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht so viel für die Prüfungen gelernt, sondern sehr viel Party halt gemacht und mit der Frau, mit der damaligen Freundin halt viel Zeit verbracht. Und ja, ich würde mich heute als wesentlich vernünftiger einstufen. Okay, gleich vom Alter her auch. Aber ich habe damals schon echt viel Blödsinn gemacht. Ich würde mal einfach so sagen, ich habe das Leben genossen. Okay, was ja jetzt nicht so schlimm ist, aber es war einfach ein anderer Sebastian wahrscheinlich. Definitiv, genau. Also jetzt nicht, sagen wir mal, nicht so ein gutes Vorbild. Würdest du sagen, dass solche Ereignisse oder ähnliche Ereignisse immer erst entstehen müssen, bevor sich was verändert? Oder denkst du, dass es auch so intrinsisch von innen heraus kommen kann, dass man so diesen eigenen persönlichen Change-Prozess vielleicht auch initiieren kann? Ja, du, das ist total spannend. Also ich gehe nochmal kurz in diese Situation rein, denn ich steckte gerade so in so einer Phase, wo ich irgendwo in meinem Leben nicht weiter wusste. Also nach der Prüfung wusste ich, dass ich nicht übernommen werde von der Ausbildungsstelle. Meine Freundin wollte gerade nicht mit mir zusammenziehen. Meine Eltern haben Druck gemacht von wegen, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich in dieser Phase Dinge gemacht habe, die ich normalerweise nicht gemacht hätte. Also ich bin extrem, wie soll ich sagen, mutig gewesen. Übermutig wohl eher. Also ich bin zum Beispiel eine Woche vorher an einem See mit Freunden gewesen. Und an diesem Tümpel, könnte man sagen, hing so ein Seil an einem Baum runter. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wofür ist dieses Seil? Und ich habe gesagt, Jungs, pass auf, ich kletter jetzt an den Baum rauf, hänge mich an das Seil ran und schwing wie Tatsachen auf die andere Seite. Und die sind, nein, hör bloß auf, wenn du da reinfällst und so. Und ich, ach Quatsch, kein Problem. Rüber geschwungen, wieder zurück geschwungen, alles geklappt. Ja, okay, und da habe ich schon gemerkt, so wow, du bist echt risikofreudig im Moment. Und so im Nachgang habe ich das so reflektiert. Denn der Unfall ist so passiert, dass ich mit meinem besten Freund auf seine Motorrolle unterwegs war. Und an der Ampel sagte ich zu ihm, du lass uns doch die Plätze tauschen, ich habe jetzt seit drei Wochen meinen Führerschein, ich bin, ich habe es drauf, ich bin jung, ich will jetzt mal hier Roller fahren. Und der so, ja, mach mal klar, wenn du da meinst, du hast da Bock drauf, hier, fahr. Und ungefähr 500 Meter weiter, an einer abknickenden Vorfahrtsstraße, merkte ich schon so, wow, die Kurve kriegen wir nicht mehr. Und da ist es mich dann auch schon passiert, wir sind weggerutscht, mit dem Vorderrad gegen den Bordschein gekommen. Ich bin über den Lenker geflogen, mit dem Kopf voraus, gegen eine Laterne und habe mir durch diese Stauchung eben die Querschnittdämmung zugezogen. Jetzt wurde ich öfters gefragt, so, ja, glaubst du an Schicksal oder an Vorherbestimmung oder irgendwie sowas? Und ich sage da ganz klar, das war meine eigene Verantwortung. Ich habe schon Tage und Wochen vorher gemerkt, dass ich irgendwo Dinge getan habe, die eher unüblich für mich sind. Und das war eben auch so etwas und so, wenn ich mich jetzt mal von oben, von der Wolke betrachte, wenn mein Leben irgendwann zu Ende ist und ich als Seele von der Seelenwolke oben runterschaue, dann glaube ich, dass es nicht vorherbestimmt ist, aber absehbar war. Ja, das ist interessant, was du sagst, weil gerade rückblickend ergeben sich dann oder beantworten sich eigentlich so viele Fragen, die man hat. Letztendlich waren es ja so die eigenen Entscheidungen, die irgendwie zu diesem Weg führten. Ganz genau. Ja, interessant. Also wie entstand dann im Grunde so nach diesem Unfall, also so die Zeit nach diesem Unfall? Da hat man dann ja auch sehr viel Zeit zu reflektieren. Du hast ja sehr viel Zeit, um auch nochmal rückblickend zu schauen, was war, wie warst du vor allem? Und gab es so den einen Moment, wo du dir gesagt hast, ich bin sicher, nach so einem Unfall dauert das auch eine ganze Zeit, dass du sagst, okay, und ich muss jetzt hier einfach nochmal völlig neu anfangen und völlig anders? Ja, also direkt nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin und so langsam gecheckt habe, was jetzt gerade passiert ist, also dass ich einen Unfall hatte und im Krankenhaus liege, war mir eine Sache sehr wichtig, dass ich eben nicht abhängig bin von anderen Menschen. Also ich habe gesehen, wie meine Freundin und meine Familie halt gelitten haben und denen das echt wehgetan hat, dass ich jetzt da so lag und quasi mich nicht bewegen konnte und echt Probleme hatte. Und da war es erstmal für mich wichtig, eben zu gucken, dass ich so selbstständig wie möglich wieder werde, dass ich eben keine Hilfe von denen brauche. Und ja, diese Phase hat auch echt lange gedauert, also dieses Äußerliche, dieses Extrinsische, was du ja eben auch schon mal angesprochen hattest, das hat ungefähr sieben Jahre gedauert. Also ich habe echt die ersten sieben Jahre nur fürs Äußerliche gelebt. Ich muss stark sein, ich muss den Menschen zeigen, dass ich trotzdem noch in der Lage bin, alles zu machen, was ich mir vornehme und, und, und. Und so der große Punkt kam erst nach diesen sieben Jahren, als ich mich von meiner Freundin getrennt habe, mit der ich eben vorher zusammen war und dann noch die Zeit danach. Dann habe ich mich extrem auf meine Arbeit fokussiert, habe da Weiterbildung gemacht und verrückte Dinge. Und ja, Freundin weg, zu viel Arbeit, meine körperliche Situation hat sich stark verschlechtert in der Situation. Und dann gab es einen Punkt, wo ich gemerkt habe, so, boah, nee, so geht es nicht weiter. Und ja, ich habe da wirklich dann erst richtig angefangen, darüber nachzudenken. Hey, du kannst nicht mehr laufen, was bedeutet das für dich? Und da gab es eben so einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir die Frage gestellt habe, wofür sollst du dich eigentlich so quälen? Ja, ich habe darauf erst mal keine Antwort gefunden und habe dann auch einen Plan gemacht und mir überlegt, ja gut, wenn es keinen Sinn macht, dann kannst du es ja auch beenden. Habe überlegt, wie kann ich so etwas beenden? Also ich weiß nicht, ob du dich mit Menschentypen auskennst, aber ich bin jemand, der sehr auf Zahlen, Daten, Fakten sich konzentriert hat. Das heißt, ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, dass es auch wirklich funktioniert. Ich habe mir also wirklich einen Plan gemacht. Und zu diesem Plan gehört es dann auch, ja, okay, wenn du dich jetzt hier ausknipst, sage ich einfach mal so, dann findet dich ja jemand in deiner Wohnung. Wie sieht dann deine Wohnung aus? Okay, dann musst du noch vorher aufräumen. Ach ja, spülen wäre auch ganz cool und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn du jetzt schon so einen Scheiß vorher machst, was möchtest du denn vorher noch erleben im Leben? Und da fiel mir ein, ach, warte mal, das Thema Hypnose. Das hat mich schon irgendwie immer interessiert und da habe ich gesagt, okay, pass auf, scheiß drauf, bevor du jetzt irgendwelche Blödsinn hier machst, machst du jetzt erst mal so eine Hypnoseausbildung. Ich will das jetzt erst mal wissen, wie funktioniert das? Was war der Anstoß? Also gab es irgendwie, ich meine, du beschäftigst dich ja mit einer sehr, 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 sehr ernsthaften Entscheidung, dir das Leben zu nehmen. Ja, und auf der anderen Seite interessierst du dich auf einmal für Hypnose? Also gab es da irgendeinen Auslöser? Also ich habe es schon von klein auf gehabt. Also ich weiß noch damals, dass ich mich mit Uri Geller beschäftigt hatte als Kind und so mit so Zauberei und sowas fand ich immer sehr faszinierend. Habe dann halt festgestellt, dass es das nicht gibt und war dann irgendwo immer auf der Suche nach diesem mysteriösen Geheimnis, wie die Welt funktioniert. Und irgendwann habe ich halt glaubt, dass Hypnose die Antwort auf alle Fragen ist. Habe dann auch ein Buch dazu gelesen vom Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Und der beschäftigt sich halt auch sehr stark mit dem Thema Hypnose. Und das hatte mich dann nochmal so angetriggert. Wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr jetzt geht, ist okay, aber das interessiert mich vorher noch. Wie funktioniert das, wenn die Leute einfach schnipsen und die Leute umkippen und schlafen oder tun, was sie wollen, so ungefähr. Würdest du sagen, dass diese Neugier in dir dich davon abgehalten hat, dir das Leben zu nehmen? Oder gab es noch andere Indikatoren? Es ist eher wie so ein Samen, würde ich das jetzt heute bezeichnen. Also ich habe gesagt, okay, ich mache das klar, aber vorher möchte ich das noch erleben. Nachdem ich das entschieden habe, dass ich das noch erleben möchte und das erlebt habe, kamen andere Sachen auf einmal dazu. Denn diese Ausbildung hat mir tierisch Spaß gemacht. Das Thema Hypnose fand ich einfach mal voll faszinierend, noch faszinierender. Und wollte mich mehr damit beschäftigen. Und es war jetzt so, dass sich der Fokus, also das Thema ist nie abgehakt gewesen, sondern der Fokus hat sich Scheibchen für Scheibchen langsam verändert. Also wo ich an dem einen Tag noch 100% überzeugt war, okay, ich mache das jetzt, also ich nehme mir das Leben, war am nächsten Tag nur noch 99% und 1%, oh, da kann ich ja noch das eine Buch lesen. Und am nächsten Tag waren dann 2%, oh, da gibt es noch eine weitere Ausbildung. Und dann auf einmal habe ich Menschen kennengelernt, die das Gleiche interessiert, mit denen ich mich austauschen kann. Und so ist dieser Fokus immer mehr von der einen Seite auf die andere Seite geswitcht. Stark, ja. Ohne jetzt zu sagen so, nee, ich nehme mir jetzt nicht mehr das Leben. Der Plan steht immer noch. Nur ich habe jetzt so viele Dinge vor in meinem Leben, dass ich, glaube ich, 2, 3 Leben bräuchte, um das alles zu setzen. Ja, sehr stark. Wie ging es dann weiter? Also Alexander Hartmann warst wahrscheinlich auf einem Seminar von ihm. Ja, genau. Er hat dich weiter angezündet und du wolltest tiefer einsteigen. Ja, unter anderem, also es waren mehrere Trainer, wo ich dann das Glück hatte, dass sie sich so meine angenommen haben und gesagt haben, du, ich finde das klasse, dass du dich für diese Themen interessierst und ich möchte dich da ein bisschen unterstützen. Und ja, so bin ich, ich habe ja eben schon gesagt, da so reingerutscht. Es ist wirklich so. Ich war beim Alexander Hartmann, habe dann gedacht, ja, okay, machst du weiter. Habe mich dann für das Thema NLP interessiert und habe durch einen glücklichen Zufall eine Freikarte für eine Veranstaltung vom Dennis Scharnweber gewonnen. Bin dahin, habe ihn getroffen. Wir haben uns 5 Minuten unterhalten und ich habe einfach gemerkt, wow, das will ich auch verstehen. Wir haben uns unterhalten, wir haben uns auf Anhieb direkt verstanden und er hat zu mir gesagt, du Sebastian, es macht für dich absolut Sinn, hier diesen Weg zu gehen. Lass uns mal telefonieren und schauen, ob wir nicht irgendwie gemeinsam einen Weg finden. Ich war in diesem Moment erst mal so baff, weil ich kannte ihn nur so von YouTube und so aus dem Fernsehen quasi. Klar, alles klar, angerufen, telefoniert, einen Weg gefunden, diese NLP-Ausbildung zu machen und schon auf diesem Weg und jetzt gar nicht, um jetzt irgendwie Menschen zu coachen, sondern für mich einfach, damit ich verstehe, wie funktioniert Leben, wie kreieren wir Menschen unsere Realität. Denn, ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung nochmal zurück. Kurz nach meinem Unfall lag ich im Krankenhaus und hatte extreme Schmerzen. Ich konnte mich nicht bewegen, war quasi zu diesem Zeitpunkt noch ab dem Hals angelähmt und lag in meinem Bett mit wirklich echt krassen Schmerzen. Ich hatte schon so eine Morphiumpumpe und sowas, aber das hat nichts gebracht. Jetzt gab es eine Situation, da habe ich aus dem Fenster geschaut und so einen Paragleiter gesehen. Und ich habe mir vorgestellt, boah, wie ist das wohl gerade in diesem Moment für diesen Paragleiter? Was sieht der gerade? Wie schaut der auf dieses Gebäude, wo ich drin liege? Wie fühlt sich das an, dieser Wind um die Nase? Wie hört das sich wohl an? Was ist das wohl für ein geiles Gefühl? Und da habe ich mich da so wirklich so richtig hineinversetzt. Und ich habe das gar nicht gemerkt, aber als irgendwann eine Schwester in das Zimmer kam, fiel mir auf, ich war gar nicht mehr da. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Probleme, ich hatte nicht mehr dieses doofe Gedankenkarussell von wegen Hilfe, Hilfe, das tut dir so weh, sondern es war einfach nur noch so, wow, geil. So ein Gefühl von Freiheit. Und ich habe wirklich in diesem Moment die Luft um meine Nase gespürt. Und dieser Moment, ich habe es nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt. Wie kann das sein, dass ich in dem einen Moment da liege und jammere und Schmerzen habe und im nächsten Moment fühle ich mich voll frei und dieses Gefühl habe ich auch noch minutenlang mitnehmen können, als ich dann wieder da war. Und das hat mich halt so fasziniert. Und wie das funktioniert, das habe ich halt auf diesem Weg in dieser NLP-Ausbildung zum Beispiel gelernt. Und wie ich das eben jetzt auch in meinem Alltag nutzen kann und vor allem, wie ich es jetzt auch weitergeben kann an meine Klienten und Seminarteilnehmer und Zuhörer. Da würde ich natürlich auch gerne nochmal einsteigen mit dir. Wie funktioniert das so mit der Realität und mit der Wahrheit? Was ich auch nochmal ganz spannend fand an deinem Beispiel jetzt ist so der Perspektivwechsel. So die eigenen Potenziale vielleicht im Nachhinein zu entdecken, die man selber hat, indem man einfach die Perspektive wechselt und raus aus dem Krankenbett sich rein zu versetzen in den, der da am Paraglider, am Himmel hängt. Ja, super spannende Geschichte. Dieses ganze Interesse für Hypnose und NLP und dergleichen. Wann war so der Moment, an dem du gesagt hast, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mich genau zu diesen Themen spezialisieren. Und wie hat dir die Digitalisierung dabei geholfen? Boah, zwei spannende Fragen. Also, da darf ich auch, glaube ich, noch ein bisschen ausholen. Während der Ausbildung oder während des NLP-Trainings habe ich gemerkt, beim Coachen, also wir haben halt die unterschiedlichen Formate gelernt und uns gegenseitig gecoacht in der Ausbildung. Und da habe ich auf der einen Seite gemerkt, dass es unheimlich stark wirkt bei den Leuten, mit denen ich arbeite und dass es mir unheimlich Spaß macht, diese Veränderung mit den Menschen zusammen zu bewegen. Und ja, ich war dann bei einer Veranstaltung und habe dann einfach mit dem Veranstalter gequatscht und habe gesagt, du weißt du was, hier diese ganzen Vorträge und diese Speaker, das ist alles total interessant. Ich traue mir das zu. Ich würde das auch gerne mal ausprobieren, ob mir das Spaß macht. Und ja, der Veranstalter hat gesagt, oh Sebastian, ja gar kein Problem. Hier, kriegst du 15 Minuten bei der nächsten Veranstaltung. Mach mal. Ja, dann da hingegangen, gesprochen. Und vorab, ich habe mir deswegen gar keinen Druck gemacht oder gar keinen Stress. Ich habe es wirklich nur aus der Freude heraus gemacht. Und ja, so ist es dann so passiert, dass es mir unheimlich Spaß gemacht hat. Also ich bin wirklich ausgerastet vor Freude. Und das hat sich aufs Publikum übertragen. Die haben geklatscht und denen hat es auch gefallen. Und da habe ich mir gedacht so, also wenn du etwas tust, was dir Spaß macht und anderen Leuten auch noch einen Mehrwert bietet, ja alles klar, hör mal, dann ist das doch genau das, was dich, jetzt vielleicht nicht Erfolg, aber was dich auf jeden Fall auf deinem Leben weiterbringt. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, beides zu kombinieren. Und ja, ich war ja als Angestellter im Jobcenter eher jemand, der so auf Sicherheit bedacht war. Und auch durch mein Elternhaus, die halt gesagt haben, Junge, noch 40 Jahre im öffentlichen Dienst, du bist safe. Und ja, da waren dann halt noch so ein paar andere Glaubenssätze, die ich dann halt also auflösen wollte erst mal. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann so von heute auf morgen diese Entscheidung getroffen habe, sondern es hat halt schon ein halbes Jahr gedauert, wo ich mir eben Gedanken gemacht habe, wie kann ich das umsetzen, realisieren. Jetzt kommen wir genau auf den Punkt, wo du gesagt hast, wo du gefragt hast hier, wie die Digitalisierung mir geholfen hat. Denn ohne die wäre das nicht möglich gewesen in diesem Zeitraum für mich. Denn ich habe unheimlich schnell ein Netzwerk aufbauen können von Leuten, die in diesem Bereich tätig sind, die schon dort sind, wo ich hin wollte und konnte so Kontakt mit denen aufnehmen. Die haben mir Tipps und Tricks verraten, wie ich schneller wieder mehr Reichweite aufbauen kann, also wieder an mehr Leute rankommen, an Interessenten, an Vorträgen, die ich halten kann, an Podcast-Interviews zum Beispiel, so jetzt wie mit dir. Aber vor allen Dingen das Wichtigste ist wirklich diese Reichweite für mich. Ich habe dann irgendwann angefangen, halt mal so Videos zu machen und so ein bisschen zu erzählen, was mir so passiert ist oder was mir so auf der Seele brennt, was mir wichtig ist. und das ging rasant schnell, dass dann irgendwie so ein Video, es ging ja um das Thema Kommunikation, wie meine Ex-Freundin mich aus der Schwebebahn geschmissen hat und wie ich daraus gelernt habe, klare Ansagen zu machen, Sachen, die mir wichtig sind. Und das Video wurde irgendwie zigmal geteilt und geliked und, und, und. Und das ging voll viral. Und auf einmal hatte ich ja irgendwie Kontakt zu Leuten, die ich vorher gar nicht kannte, so nur aus dem Fernsehen, so quasi. Und ja, danke der Digitalisierung. Das heißt, YouTube war für dich eigentlich so deine, deine, deine analoge, digitale Plakatwand und das Netzwerken, war das dann Facebook oder waren das Business-Netzwerke? Ja, spannenderweise alles über Facebook und YouTube, genau so. Okay, also das waren die beiden Publishing-Tools, die du genutzt hast. Genau. Auch zu connecten, okay. Das Thema Hypnose am Anfang, vielleicht eine Leidenschaft für das Thema, die dich ja auch von etwas abgehalten hat, muss man eher sagen. Also das war ja dann wirklich auch ein sehr tiefgreifendes Interesse, was du für dieses Thema hattest. Erzähl uns doch mal, was genau Hypnose ist und wie du als Hypnose-Coach arbeitest. Also grundsätzlich ist ja Hypnose ja ein spannendes Thema, wo ganz viel Mysterien drum sind. Und um das mal ganz einfach plakativ zu sagen, Hypnose sind Gedanken, die wirken im Körper. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, ich kann das nicht, dann wirkt sich das auf meine körperliche Fähigkeit aus. Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt vor, dieser Kastenwasser ist total schwer, ich kann ihn nicht hochheben. dann möchte mein Körper quasi diese Realität auch wirklich umsetzen. Das heißt also, meine Muskeln werden schwächer, meine mentale Fähigkeiten werden schwächer und die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kastenwasser hochhebe wird, geringer. So das jetzt einfach mal ganz plakativ zu sagen. Grundsätzlich ist es so, Hypnose, man spricht natürlich von dieser Induktion, von diesem Schlaf, dann von einer Vertiefungsphase, wo die Leute eben in Trance gehen, dann von einem Modul, was man mit ihnen macht, eben diese Veränderungsarbeit und dieses klassische Wiederaufwachen. Ich zähle jetzt von 0 auf 10 und wenn du bei 10 wieder angekommen bist, bist du wieder hellwach. Das ist so dieser klassische Rahmen. Meiner Welt ist der gar nicht notwendig, sondern es geht da wirklich nur darum, dass wir Bilder und Gefühle in uns auslösen, die uns auf dem Weg zum Ziel unterstützen. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen uns Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. So gesehen ist ja Hypnose eigentlich eine Manipulation. Kann man natürlich positiv und negativ betrachten. Aber wir betrachten es jetzt mal aus positiven Sinne. Eine Manipulation, die wir so kennen aus dem Fernsehen oder von Events, wo dann der auf der Bühne stehende dann sich aus dem Publikum Leute holt und die dann einfach mal auf die Bühne legt oder sie wie ein Huhn über die Bühne schickt. Aber auf der anderen Seite ist ja Hypnose eigentlich auch ein Prozess, den ich selbst initiieren kann, wenn ich dich richtig verstehe, um mein Handeln zu verändern. Richtig. Also ich glaube, Richard Bantler hat das gesagt, alles ist Hypnose. Also sobald ich einen Film im Fernsehen gucke oder mit anderen Menschen interagiere, allein wenn ich mir einen Gedanken mache oder ein Gefühl habe, ist es schon Hypnose. Also es gibt da so einen schönen Loop, könnte man jetzt sagen, dass eben unsere Vorstellungen beziehungsweise alles das, was ich wahrnehme, also höhere, rieche, fühle, schmecke, löst in uns ein Gefühl aus. Entweder was Gutes oder was Schlechtes. Und aus diesem Gefühl heraus komme ich entweder in eine Handlung oder in eine Nichthandlung. Und diese produziert dann eben ein Ergebnis. Entweder ein erwünschtes oder ein unerwünschtes Ergebnis. Ich mache da vielleicht mal ein schönes Beispiel. Ein Ehepaar kommt aus dem Urlaub zurück nach Hause, schließt die Tür auf und auf dem Boden sitzt eine Spinne. Der Mann sieht, oh, eine Spinne. Geht in die Küche, nimmt ein Glas, nimmt die Spinne, schmeißt sie aus dem Fenster. Die Frau sieht, oh, eine Spinne. Ah! Kriecht Schweißausbruch, Gänsehaut. Kriecht voll die Panik. Die Spinne wird in ihrer Vorstellung immer größer. Die Beine werden immer länger. Auf einmal kommt eine ganze Spinnenfamilie aus der Ecke gelaufen in ihrer Vorstellung. Die Frau schreit, schwitzt, läuft weg. So, da haben wir eine Situation, eine Ist-Situation, eine Realität. Der Mann nimmt die Situation so wahr, wie sie ist. Die Frau macht sich jetzt Gedanken darüber. Oh, die Spinne, sie könnte mich angreifen. Vielleicht hat sie noch Familie. Vielleicht kommen die jetzt alle um die Ecke gelaufen. Und kriegt dadurch ein Gefühl. Und durch dieses Gefühl entsteht eine körperliche Reaktion. Gänsehaut, Schwitzen, die Pupillen erweitern sich, Fluchtmodus wird eingestellt. Und sie kommt ins Handeln und zwar wegzulaufen. Nicht so wie der Mann, der dann zielorientiert die Spinne wegräumt. So nehmen wir unsere Situation im Alltag unterschiedlich wahr. Also jeder nimmt die gleiche Situation anders wahr und kommt deswegen auch anders ins Handeln. Und als Hypnose-Coach greifen wir eben genau dort ein, um zu schauen, ist das, was ich jetzt mache, wünschenswert oder bringt mich das auf dem Weg zu meinem Ziel weiter oder ist es eher eine hinderliche Reaktion, die ich vielleicht dann eben verändern möchte, um in Zukunft so zu reagieren, wie es sinnvoll wäre. Ein sehr, sehr interessantes Bild, weil daraus lässt sich ja eigentlich die philosophische Frage ableiten, was ist denn wirklich real? Wenn du sagst, und das sehe ich ganz genauso, dass jeder von uns seine Realität hat und wir uns auch die Gedanken machen können, dass die Person, mit der ich gerade spreche, jetzt ich zum Beispiel mit dir, hast du ja eine ganz andere Realität vom Leben zum Thema Mindset, zum Thema Unternehmertum oder Digitalisierung als ich. Und ich glaube, wenn man sich das viel mehr bewusst machen würde, so im Umgang mit anderen Menschen und sei es so banal, wie ich schicke eine E-Mail an jemanden, sich einfach nur klarzumachen, dass der in einer ganz anderen Realität unterwegs ist als ich, würde, glaube ich, schon viel gewonnen sein. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich darf, dann würde ich sogar noch gerne mal einen Schritt weiter gehen, denn, ja, wir leben alle in unserer eigenen Realität, doch das ist jetzt sogar noch noch abstrakter. Wenn wir uns das so vorstellen, dass wir unsere Außenwelt durch unsere fünf Sinne wahrnehmen und diese fünf Sinne im Prinzip aber nur elektrische Reize von außen aufnehmen, durch unsere Nerven als elektrische Impulse weiterleiten, wenn wir uns jetzt noch diesen synaptischen Spalt vorstellen, das heißt also im Prinzip noch nicht mal wie ein Kabel, sondern eher so wie WLAN wird das weiter gefunkt bis zu unserem Gehirn und in unserem Gehirn wird es jetzt nochmal interpretiert, das heißt da wird es abgeglichen mit unseren Erfahrungen, Werten, Wünschen und Bedürfnissen und dann wird daraus eine Wahrscheinlichkeit der aktuellen Realität wiedergegeben. Das heißt unser Gehirn ist gerade mal in der Lage pro Sekunde sieben plus minus zwei Informationen gleichzeitig aufzunehmen und der Rest wird weggefiltert. Das heißt wir haben eigentlich über 20.000 Informationen, die auf unser Bewusstsein prasseln und wie gesagt 99,8% werden erstmal weggefiltert. Das heißt also wir sehen nur einen Mini-Bruchteil von dem was wirklich da ist und das interpretieren wir auch noch selbst. Das heißt also dieser Film Die Matrix ist gar nicht so weit hergeholt und auch jetzt hier die moderne Wissenschaft mit dem holographischen Universum und der Quantenphysik ist eigentlich ein perfektes Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein was ich immer wieder interessant finde ist wir alle wissen ja wie wenig wie wenig wir eigentlich mit unserem Bewusstsein tatsächlich auf unser Handeln wirken weil wir zu keine Ahnung du wirst die Zahl besser kennen als ich 95% bestimmt unser Unterbewusstsein unser Handeln ja genau aber was ich sehr interessant finde ist auf unser Unterbewusstsein können wir nur bedingt Einfluss nehmen wie schafft man es gibt es da Techniken hast du da Ideen Ansätze wie ich quasi mit meinem Bewusstsein Einfluss nehme auf meinen Handeln ja das da habe ich ein schönes Bild vielleicht noch vielleicht kennst du das oder die Zuhörer wenn man sich vornimmt abzunehmen und man sitzt dann sonntagsabend so auf der Couch und dann fällt einem ein ach ich habe doch da noch eine Tüte Chips oder Eis im Kühlschrank oder noch eine Tafel Schokolade oder so und auf einmal kommt so ein Teil in einem der irgendwie sagt iss mich ne ja und du hast das gerade schon so schön gesagt also wir haben einen Anteil in uns der bewusst ist der jetzt ja der uns gerade zuhört mit dem wir uns unterhalten und über 90% da streiten sich die Wissenschaftler also über 90% sind eben unbewusst und dieses Unbewusste hat auch noch verschiedene Anteile in uns also es gibt immer den Anteil der möchte abnehmen der Anteil der möchte uns was Gutes tun der Anteil möchte das Überleben sichern und das Unterbewusstsein ist immer stärker als das Bewusstsein also wenn wir uns jetzt bewusst vornehmen abzunehmen aber unser Unterbewusstsein einen Teil hat der sagt du musst dir was Gutes tun weil du bist so gestresst von der Arbeit dann wird immer das Unterbewusstsein gewinnen wir können jetzt aber Einfluss nehmen indem wir das Unterbewusstsein mit Bildern und Gefühlen füttern die uns in diese Richtung bringen das heißt wenn ich jetzt also mir vornehme abzunehmen macht es Sinn natürlich die Entscheidung zu treffen bewusst aber dann im nächsten Schritt sehe ich Bilder auszumalen was bedeutet das für mich in meiner Zukunft also welche Kleidung würde ich tragen oder welche Kleidung werde ich tragen wenn ich abgenommen habe welche Sachen werde ich auf einmal unternehmen vielleicht werde ich Sport machen vielleicht werde ich andere Menschen treffen und jetzt vor allem das Wichtigste wie fühlt sich das für mich an also wenn ich zum Beispiel mir dann vorstelle wie laufe ich die Treppe rauf mit mit freiem Atem und ich komme oben an und bin noch topfit und die anderen laufen hinterher und gucken wow warum ist der denn so fit zum Beispiel und um das Ganze jetzt vielleicht sogar noch intensiver zu machen je schräger die Bilder sind und krasser die Gefühle sind desto besser schleift sich das in das Unterbewusstsein ein also wenn ich mir jetzt vorstelle ich laufe zum Beispiel einen Marathon oder ich mache einen Ironman auf Hawaii dann ist das ein echt starkes Bild weil da habe ich ganz viele verschiedene Facetten drin ich bin auf Hawaii das ist geil das ist schönes Wetter es sind andere Menschen dabei es gibt einen ganz anderen Antrieb dann okay das heißt das heißt ich kann mit meinem Bewusstsein quasi mit erfolgreichen Bildern dafür sorgen dass ich meinem Ziel näher komme egal welches Ziel das jetzt im Konkreten ist auf der anderen Seite und das finde ich jetzt auch interessant gibt ja immer diese zwei Seiten Betrachtung auf der anderen Seite suche ich oder sagen wir es mal so ist das Bewusstsein dann doch so schwach dass es dann sagt okay ich suche mir jetzt einfach irgendjemanden der Schuld hat oder irgendetwas das Schuld daran hat dass ich die Tafel Schokolade jetzt esse weil der Tag super stressig war und ich muss mich jetzt einfach belohnen ja wie kann ich das in meinem Kopf so manifestieren dass diese Bilder die du gerade gemalt hast die ich natürlich auch toll finde also nicht aus der Puste zu sein konditioniert toller Körper Badehosenfigur wie kann ich es schaffen dass sich das wirklich auch manifestiert ist das eine Kontinuität dass ich diese Bilder ständig aufrufen muss ja wobei das Wort müssen schon doof ist ich glaube wenn es Spaß macht wenn du Bock drauf hast die Bilder vorzustellen dann kommt es ganz von alleine an der Stelle aber nochmal vielleicht ein Tipp der Tipp für Persönlichkeitsentwicklung es gibt ja tausende Bücher und Seminare und 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 ich glaube man braucht keinen einzigen Euro auszugeben man kann die größte und stärkste Technik ist sich selbst zu fragen warum tue ich gerade was ich tue denn wir sitzen auf der Couch nochmal dieses Bild und ich stehe auf und will zum Schrank gehen warum tue ich das gerade brauche ich das wirklich ist das gerade absolut zwingend notwendig oder möchte ich das einfach nur und wenn man das einfach nur möchte dann go for it tu es nur dieses Bewusstsein zu schaffen für unsere Handlungen denn wir sind so krass auf Autopilot programmiert im Alltag und tun so viele Dinge eben unbewusst und wenn wir anfangen uns diese Frage zu stellen warum tue ich was ich tue wird uns nach und nach immer bewusster was wir tun und können dann eben bewusst entscheiden möchte ich das wirklich und werden uns auch der Konsequenzen dann bewusst spannend sehr sehr spannend also allein die Bewusstmachung und auch was du vorher gesagt hast finde ich auch super wichtig man sagt ja es gibt zwei Dinge die dazu führen dass ich was in meinem Leben verändere entweder es ist ein Leidensdruck oder es ist die Begeisterung für etwas und ich meine du hast deine Geschichte wunderbar erzählt dass es letztendlich auch bei dir die Begeisterung für etwas war was dich von etwas abgehalten hat wie kannst du konkret jetzt so in deiner täglichen Arbeit den Menschen helfen also was lerne ich bei dir ist es das Hypnotisieren oder ist es das Selbstreflektieren ja Selbstreflektieren ist unter anderem ein Thema grundsätzlich helfe ich den Menschen dabei die Gedanken, Gefühle und Handlungen im Leben zu schaffen die uns dabei unterstützen auf dem Weg zu unserem wünschenswerten Erfolg oder zu unserem Wunschleben quasi denn wir hatten das ja schon die Gedanken, Gefühle sind fundamental entscheidend dafür wie wir unsere Realität wahrnehmen und vor allen Dingen was wir dann daraus auch machen was wir kreieren und wie wir ins Handeln kommen und im Grunde genommen könnte man sagen ja man lernt eine gewisse Form von Selbsthypnose ich mag das nur nicht so weil es ist alles Hypnose ja ich glaube wie gesagt wenn wir es schaffen bewusst unsere Gedanken und Gefühle zu überblicken und zu entscheiden möchte ich das oder möchte ich das nicht dann sind wir unaufhaltsam im Leben da gibt es natürlich auf der einen Seite viele bewusste Techniken ich arbeite lieber ein bisschen unterbewusst mit Bildern und Emotionen und über Geschichten zum Beispiel dass das Wissen direkt in den Leuten verankert wird das ist zum Beispiel schön bei Vorträgen es gibt viele Speaker wo die Leute dann da sitzen und die schreiben mit und in anderthalb Stunden fünf Seiten voll geschrieben und 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 klasse ich bin aber persönlich dafür viel zu effizient und habe das selbst nie gemacht und daher mache ich es selber so dass ich die Vorträge hypnotisch aufbaue das heißt dass die Leute zum Beispiel rausgehen nichts mitgeschrieben haben aber die Wissenskompetenz unterbewusst in ihnen verankert ist das darfst du uns nochmal erklären wie du das machst das ist ja ein Traum von jedem was was ich berate der in eine Firma geht und des öfteren kopfschüttelnd wieder nach Hause geht weil er glaubt sein Publikum hat es nicht verstanden wie mache ich das wie baue ich meinen Vortrag oder meine Präsentation hypnotisch auf puh okay da gibt es ein ganzes drei Tage Seminar zu die Kurzfassung bitte okay also grundsätzlich gibt es verschiedene hypnotische Sprachmuster die genutzt werden aber machen wir es nochmal ganz allgemeiner Bilder und Gefühle auslösen durch Geschichten ich hatte dir ja eben diese Geschichte erzählt mit der Spinne und dem Ehepaar die nach Hause kommt ne und diese Geschichte war jetzt gerade nicht bewusst absichtlich professionell hypnotisch aufgebaut aber in dieser Geschichte steckt es schon drin denn du kannst dir beide Situationen vorstellen und kannst dich in beide Situationen hineinversetzen also du kannst dir vorstellen wie es ist cool mit der Situation umzugehen und du kannst dir vorstellen wie es ist nicht so cool damit umzugehen und dadurch hast du das Gefühl und du weißt jetzt selbst ah ich kann selbst meine Realität quasi entscheiden es gibt eine Ist-Situation aber es gibt zwei Möglichkeiten der Wahrnehmung ich brauche dir jetzt da nichts zu erklären oder kein Modell Eisbergmodell oder irgendwie sowas zu erklären sondern du hast es für dich verstanden und genauso wird es gemacht natürlich nutzen wir jetzt noch die Technik von Nested Loops das heißt eingebettete Geschichten ich mache es mal ganz kurz professionell damit vielleicht die Leute die sich ein bisschen mit dem Thema Hypnose auskennen wissen was ich meine es werden drei Geschichten aufgemacht also Geschichte 1 Geschichte 2 Geschichte 3 dann wird eine hypnotische Botschaft platziert dann wird Geschichte 3 geschlossen Geschichte 2 geschlossen Geschichte 1 geschlossen was ist eine hypnotische Botschaft wenn ich kurz unterbrechen darf ja zum Beispiel du bist ein Mensch der im Leben all seine Träume und seine Ziele umsetzen kann weil du ja so viel Selbstbewusstsein und Qualität in deinem Leben schon erreicht hast dass es gar keine Frage mehr ist jetzt hier ob du deine Ziele erreichst oder nicht sondern es ist einfach nur eine Frage wann erreichst du deine Ziele ich habe da jetzt erstens dich direkt angesprochen zweitens ein Double Bind gemacht das heißt also das gar nicht mehr in Frage gestellt sondern die Frage ist halt nur noch wann also es ist damit schon ausgeschlossen dass es nicht funktioniert und ja noch so ein paar andere Sachen das heißt ich spreche dich direkt an und das funktioniert so gut weil durch das Aufmachen der Geschichten unser Gehirn naja in eine Art Konfusionszustand gerät wenn wir drei Geschichten aufmachen kann das Gehirn die Geschichten nicht mehr festhalten es hält noch bei der ersten Geschichte was war da zweite Geschichte was war da spätestens bei der dritten Geschichte ist vorbei und dann kommt eben diese direkte Ansprache und diese Botschaft und das Gehirn nimmt es einfach auf wir hatten ja eben dieses Bewusste und Unbewusste es geht direkt ins Unterbewusstsein rein und durch das Schließen bette ich das eben so ein dass das Gehirn denkt oh ach ja genau da war ja eine schöne Geschichte und verknüpft diese direkt mit dieser Botschaft ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich in kurzen Worten kann ich mir schon gut vorstellen also dass ich mich bewusst einfach auf deine Geschichten einlasse aber deine Botschaft die du mir eigentlich sendest ankerst du im Grunde mit der Geschichte an die ich mich wieder erinnern werde genau richtig jetzt hast du das auch mit dem Ankern schön noch angesprochen das kommt noch dazu dass ich dann eben Alltagssachen ankere ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte bei der ich meinen Rollstuhl im Kofferraum habe und nehme dann eben den Kofferraum und anker diesen mit dem Perspektivwechsel sag dann sowas zum Beispiel wie und wenn du jetzt das nächste Mal an deinen Kofferraum gehst und du siehst da ist ja gar kein Rollstuhl erinnerst du dich daran dass du den Fokus auf die Dinge lenken kannst die dich weiterbringen im Leben so der hat dann immer die Geschichte mit dem Rollstuhl und dem Kofferraum und jedes Mal wenn er an den Kofferraum geht kommt diese Geschichte wieder hoch beziehungsweise das unterbewusste Gefühl ach ja ich hab's ja drauf ich kann den Fokus selber lenken sehr cool sehr cool Sebastian ich schau so ein bisschen auf die Uhr ich hab natürlich noch unsere kleine Q&A Session mit dir vor wo kann man dich erleben vielleicht diese Frage vorneweg wo kann ich dich auf der Bühne erleben wo kann ich ein Coaching bei dir buchen ja also grundsätzlich YouTube hatten wir eben schon angesprochen und Facebook Instagram Social Media und ja jetzt freue ich mich ganz doll darauf im Oktober zweimal zum Beispiel in Frankfurt einen Vortrag zu halten dann im November in München und in der Schweiz und ich würde einfach sagen weil das so viele Termine sind guckt doch einfach auf sebastian-p-schild .com unter Termine da hab ich zum Beispiel die Seminare Geiles Leben was ich mit dem Dennis Scharnweber zusammen mache oder die Trainer der neuen Generation im Oktober wo ich bei so Multispeaker Event bin oder 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 ok cool verlinken wir in den Show Notes dann würde ich sagen ja wolltest du noch sagen so und genau Einzelcoachings können auch über E-Mail angefragt werden Kontaktformular Facebook auch ganz gerne und vielleicht weil es mal interessant ist ich sitze zwar im Rollstuhl bin aber mobil mit meinem Auto das heißt ich bin da deutschlandweit unterwegs und tätig stark und ich meine hallo wir leben in einer digitalen Zeit oder geht das vielleicht frage ich das erst bevor ich das sage geht das per Skype auch also könnte ich jetzt mit dir so ein Skype Einzelcoaching machen ja habe ich auch schon gemacht und es funktioniert auch es kommt erstens so auf die Verbindung an die ich zu der Person habe also wenn ich jemanden noch gar nicht kenne macht es keinen Sinn und es kommt auch auf das Thema an also wenn es ein sehr intensives Thema ist bin ich schon gerne vor Ort um einfach die Person besser abzuholen und abzufangen klar ok grundsätzlich ist es auch möglich ok wenn du bereit bist machen wir unsere kleine Q&A Session ja sehr gern dann starten wir gleich mit Frage 1 was hat dich anfangs davon abgehalten dich mit der Digitalisierung und mit dir als Marke zu beschäftigen das sind zwei Sachen also auf der einen Seite war mir das es waren erstmal böhmische Dörfer und ich habe gemerkt dass ich unheimlich viel an Wissen erst aufsaugen muss dachte ich damals bevor ich damit starten kann und das umsetzen kann und das zweite war dass ich gesehen habe dass so viele andere Menschen das machen und in Eigenregie die Dinge einfach umsetzen dass ich mir gedacht habe das schaffst du nie das ist viel zu viel bis ich dann irgendwie eben an so einen Punkt kam wo ich gemerkt habe probiere es einfach mal und gemerkt habe ey das ist ja durch die Digitalisierung das ist ja das Paradoxe es gibt ja so viele YouTube Videos in denen alles erklärt wird also ich muss ja heutzutage gar nichts mehr wissen ich brauche nur googeln und da kriege ich ja alle Informationen das war mir damals aber noch nicht so bewusst also ich hatte mich doch zu wenig damit beschäftigt ok wenn die Leute an dich denken was ist das eine Wort wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist Wahrhaftigkeit Authentizität Authentizität Wahrhaftigkeit wir nehmen Wahrhaftigkeit Authentizität ist natürlich auch sehr cool auch ein schönes Wort Wahrhaftigkeit hatten wir auch noch nicht sehr schön ja welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business ja welcher Rat der größte beste Tipp was ich auch gerade schon mit Wahrhaftigkeit hatte sei du selbst also ich habe zu lange in meinem Leben für andere Menschen Dinge gemacht für mein Umfeld für Glaubenssätze man tut das so und sowas und ich habe gemerkt als ich angefangen habe wirklich mich mit mir selbst zu beschäftigen was will ich wirklich mit meinen eigenen Sachen wer bin ich wirklich und scheiß drauf was andere denken sagen tun seitdem geht es mir wesentlich besser und dieser Tipp sei du selbst ja da hat mir der extrem bei geholfen sehr wertvoll kannst du uns eine Insider Resource oder ein Tool nennen welches du selbst einsetzt also gibt es was was du also klar die gängigen Sachen Facebook YouTube und so weiter aber gibt es irgendwie so auch in deinem Business vielleicht eine Plattform oder über die du dich informierst und weiterbildest zum Beispiel ja da gibt es mehrere also die Gedanken tanken Plattform wo halt sehr viele Vorträge von Top Speaker kostenlos zur Verfügung stehen dann die TED Talks das gleiche nur in Englisch da hole ich mir sehr viele Informationen dann lese ich sehr gerne beziehungsweise lesen ist das falsche Wort ich höre Hörbücher und was ich total spannend finde was ich jahrelang total unterschätzt habe ist der Austausch mit Leuten die schon da sind wo ich hin möchte oder auf dem gleichen Weg sind also dieses Mastermind und Skypen Telefonieren auch mal einfach Whatsapp Nachrichten hin und her schicken eben dieser Austausch mit Menschen in meinem Umfeld die ähnliche Gedanken haben wenn du auf dein Smartphone schaust auf der auf der ersten Seite direkt was sind deine drei wichtigsten Apps die du ständig brauchst ja es gibt ja beim iPhone diese Akku Anzeige und da steht immer Facebook Instagram E-Mails so auf Top 3 also schon Wahnsinn was ich an Facebook manchmal am Tag da verbringe das ist schon echt unmenschlich Ist es eine Sache die dich belastet oder die dir einfach nur auffällt ich habe ich habe akzeptiert weil ich einfach so viele Aufträge über Facebook generiere 90 über 90 Prozent das für mich Sinn macht auf der anderen Seite merke ich aber auch dass es mich in meinen Handlungen im Alltag ein bisschen ablenkt man guckt immer wieder mal drauf der Geist wird immer wieder abgelenkt ach da ist wieder so ein bling bling kurz Serotonin abholen kurz drauf und ja ich freue mich schon auf die Tage an denen ich eine Sekretärin habe die sich nur für diese Themen beschäftigt so Nachrichten beantworten Likes und so ein Kram gut das ist viel also je nachdem wie groß die Reichweite ist muss das natürlich alles irgendwie abgebildet werden aber ich meine hör unseren Podcast und wir werden dir sagen wie das automatisiert über eine künstliche Intelligenz oder über ein Chatbot geht Alright was hörst du von Musik gern lass uns mal ein bisschen auf deiner Welle surfen Puh sehr breit gefächerte Frage also von A wie Aber bis Z wie Zombies ist da wirklich alles dabei also alles was gute Laune macht ja ich bin da wirklich also jetzt auch nicht nur Mainstream auch Techno Rock Reggae ich würde sagen es ist gefühlsabhängig gerade sehr gut kannst du in seinem Film empfehlen mehrere ja sagen wir mal so der Film deines Lebens das ist der heißt tatsächlich so es geht dabei darum wie ein Mann im Krankenhaus aufwacht und auf einmal seine innere Stimme entdeckt und finde ich ziemlich wertvoll weil das ein Spielfilm ist ich glaube den kenne ich ist halt ein Spielfilm und der arbeitet eben auch sehr unterbewusst dass man da sehr viel für sich mitnehmen kann ansonsten würde ich für alle Leute die eher so rational unterwegs sind und vielleicht auch in dieses Thema Realität mehr einsteigen wollen dem Film empfehlen What the bleep do we know gibt es auch auf Deutsch einfach B-L-E-E-P bleep Google eingeben der spuckt da schon aus und es geht dabei noch mal darum wie die Wissenschaft und die ja Philosophie quasi zusammengebracht werden und wie wir unsere Realität zusammenbasteln sehr cool du hast von Hörbüchern gesprochen ich bin auch so ein Audio-Mensch kannst du uns da empfehlen was war denn dein wertvollstes Hörbuch oder vielleicht war es auch ein Buch in deinem Leben das du gelesen hast und du gesagt hast hey das war so mein Game Changer ja das war also der Game Changer war auf jeden Fall Denke nach und werde reich von Napoleon Hill und das habe ich tatsächlich als physisches Buch gelesen da das noch von meinem Papa ist und dieses Buch älter ist als ich das fand ich schon sehr spannend also das Buch ist jetzt irgendwie 34 Jahre alt ich bin 32 also das ist schon echt cool ja Klassiker ja auf jeden Fall und als Hörbuch haue ich ganz schnell noch eins raus Gespräche mit Gott von Andy Walsh ja auch sehr schön kannst du uns drei Interview-Gäste für diesen Podcast empfehlen also wir laden ja Menschen ein die wir als als Marke wahrnehmen so wie dich oder auch die Digitalexperten sind die sich im Zeitalter der Digitalisierung wirklich mit diesem Thema ganz konkret auseinandersetzen ja also da fällt mir als erstes der Dennis Scharnweber ein den hatte ich eben schon mal angesprochen der als Marke für mich eben besonders ist weil er als Trainer für Persönlichkeitsentwicklung eben sagt sei du selbst und das finde ich ziemlich spannend gerade eben in dieser Digitalisierung wo immer mehr von anderen vielleicht so abgeschaut wird wie machen die das kann ich das adaptieren und er da eben ein bisschen dagegen geht und sagt mach einfach das was aus dem Herzen kommt als zweites die Laura Seiler die für mich auch als Vorbild in der Digitalisierung Welt unterwegs ist denn sie hat es in unheimlich kurzer Zeit geschafft eine enorme Reichweite aufzubauen und das eben auch mit so Themen wie Spiritualität und Meditation und Selbstfindung was ich einfach mega finde Weißt du wie sie es geschafft hat? Ja Content Marketing Ja gut das ist ja ein breiter Begriff die Frage ist meinst du dass die Art des Contents von ihr dazu geführt hat oder wie sie mit dem Thema strategisch umgegangen ist? Ja das spielt natürlich eine Rolle aber im Grunde genommen glaube ich einfach wenn die Leute regelmäßig Content raushauen kostenlos bei YouTube zum Beispiel jede Woche ein Video für eine halbe Stunde meine besten Tipps für XY dann ist es unvermeidbar dass man Reichweite aufbaut also Kontinualität und echter Inhalt cool wir werden sie fragen ja das interessiert mich auch mal also bin ich nur gierig vielleicht hat sie ja noch den einen oder anderen Geheimtipp das hoffe ich ok und Person Nummer 3 wäre es so in deinem Kopf vielleicht noch interessant für uns ja springt jetzt vielleicht ein bisschen raus aber der Pascal Fay Pascal Fay denn auch er hat es geschafft in unheimlich kurzer Zeit enorm ich sag mal Umsätze zu erzielen mit dieser digitalen Welt und das finde ich auch unheimlich vorbildlich wie er das gemacht hat auch wenn du mich jetzt fragst wie hat er es gemacht auch Content Marketing aber eben wahrscheinlich noch auf einer ganz anderen Ebene er ist halt sehr sehr professionell und unternehmerisch auf einem ganz hohen Niveau unterwegs ja ich hätte die Frage eher gestellt was macht er so beruflich achso ja ok er ist Unternehmer Unternehmer und Speaker und also grundsätzlich ist er Unternehmer und jetzt im Nachgang erzählt er davon wie er eben die Unternehmen aufgebaut hat wie er die Millionen Umsätze generiert hat und sowas und das eben mit dieser Digitalisierung also zum Beispiel hier ein Opt-in also eine Landingpage erstellen mit Opt-in Video E-Mail Adresse eintragen Newsletter verschicken und 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 ok alles klar ja Sebastian wir sind am Ende unseres Interviews ich habe noch zwei kleine Fragen zum einen die Frage wie wir dich am besten erreichen können und zum anderen die Frage was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ja am besten erreichen habe ich schon gesagt am liebsten bin ich bei Facebook ja weiß ich auch nicht und vielleicht der Tipp scheiß drauf was andere sagen denken tun frag dich einfach was will ich wirklich in meinem Leben und egal unabhängig davon ob jetzt Geld da eine Rolle spielt oder ob ich zu groß oder zu klein dafür bin sondern vielleicht einfach mal wirklich die Hand aufs Herz was will ich wirklich und ruhig öfters diese Frage stellen schönes Schlusswort Sebastian vielen vielen Dank für deine Zeit schön dass du hier in dieser Podcast Folge wirklich auch so deine persönlichen Erfahrungen und so dein persönliches Wissen auch mit uns geteilt hast und auch so hast tief blicken lassen also auch nochmal meinen Respekt an dieser Stelle für dich wir verlinken alles was du gesagt hast uns empfohlen hast in den Shownotes zu dieser Folge und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag wir haben ja früh gestartet du hast also noch viel von diesem Tag und wir hören uns in Kürze wieder ich danke dir bis bald ciao hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch die sich mit dem normalen E-Mail Newsletter nicht zufrieden geben können die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger Service ganz egal ob ihr WhatsApp Facebook Messenger Insta oder Telegram verwendet wir liefern euch alle neuen Podcast folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings App und das alles kostenlos und ohne Werbespam das verspreche ich euch geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service probiert es einfach mal aus es ist kinderleicht und seid gespannt was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht wenn euch dieser Podcast gefallen hat werden wir euch sehr verbunden wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel viel besser machen können that's it alle Informationen wie immer in den Show Notes nur das Beste für euch und bleibt rebellisch bis bald ciao bis bald